So, hier sind wir im Hotel Oberoi in Dubai, direkt in der City auch, hier vorne ist die Rezeption, hier ist dann die Lobby-Lounge und hier ist der Einbahn und dann zeige ich euch jetzt gleich noch die Hotelzimmer, verschiedene Kategorien und auch das Mittagessen dann hier. Wer mehr von unseren Videos sehen möchte, drückt einfach auf Gefällt mir unten für Reisebüro Fella und dann seht ihr weitere Videos.